Hallo, hier ist André. Bist du traurig? Gibt es in dir etwas, was sich traurig anfühlt? Was ist für dich Traurigkeit? Vielleicht kennst du sowas wie einen richtig tiefen Schmerz, so einen richtig starken Schmerz, wie so Bauchschmerzen, wenn dir etwas Bauchschmerzen macht. Vielleicht kennst du etwas, wenn etwas in deiner Herzgegend, in deiner Brustgegend sich zusammenzieht, weil du Angst hast, dass dich etwas treffen könnte, dass dich etwas verletzen könnte. Dass du manchmal vielleicht voller Schmerz bist, dir selbst gegenüber, deinen Gefühlen, deinen Gedanken gegenüber. Das, was du über dich denkst, das, was du manchmal vielleicht auch über andere denkst. Dass du Schmerz in dir erzeugst. Dass sich etwas in dir zusammenzieht, wenn du mit anderen Menschen sprichst oder wenn du dich vielleicht mal selber hörst. Möchtest du erfahren, wie sich das anfühlt, deinem wirklichen Schmerz zu begegnen? Das ist etwas ganz anderes als dein Emotionalkörper, wo du vielleicht aus deinen Schichten, die du gelernt hast, um dich herumzupacken, damit du dich nicht so angegriffen fühlst, damit andere dich nicht mehr verletzen können. Das ist ein anderer Arzt von Schmerz, als über den, den ich jetzt dir nahe bringen möchte. Der Schmerz, der kann auch sehr wehtun, aber es macht dein Herz auf. Es berührt dich von innen. Andere sind berührt dann, wenn du dich mit deinem Schmerz in der Form zeigen kannst. Das ist etwas, das macht etwas auf. Das macht etwas weit. Das gibt dir Kraft. Das baut dich auf. Das lässt dich klar werden. Der andere Schmerz ist ein Schmerz, den du gelernt hast, vielleicht in der Kindheit einzusetzen, um etwas zu bekommen, um dich selbst anzuzweifeln, um letztlich vielleicht auch dich zu manipulieren oder auch andere zu manipulieren. Einfach nur, weil du nicht so richtig wusstest, wer du eigentlich bist, was du eigentlich willst, ob du das bekommen kannst, was du willst. Oder aber es kann auch ein Schmerz sein, den du von anderen Menschen in deinen Körper, in dich selbst hineingenommen hast und hast dein eigenes Selbst, dein eigenes Wesen nicht mehr spüren können. Und dann ist das so eine Mischung. Dann traust du dir selbst nichts mehr richtig zu. Du hast kein richtiges Selbstvertrauen mehr. Wenn du mit deinem wirklichen Schmerz in Kontakt kommst, wirklich Traurigkeit fühlen kannst, Betroffenheit, dann verwandelt sich das meistens in Mitgefühl. Sogar in einer Art Freude. Du kannst traurig sein und spürst darüber hinaus einen weiteren Raum, wo du dich verbunden fühlst, wo du die Liebe fühlst, auch in Traurigkeit. Und du kannst sicher sein, dass du aus dem heraus immer wieder Möglichkeiten siehst, Entscheidungen zu treffen, die du jetzt brauchst, um noch mehr aus deiner Kraft herauszuleben. Du kannst dann mit anderen Menschen mitfühlen. Du kannst auch deutlich fühlen, ist jemand wirklich traurig oder leidet jemand gerne. Du lässt dich nicht mehr so sehr runterziehen von Meinungen, von Bewertungen von anderen. Wo du dich vielleicht sonst geschützt hast, kannst du jetzt offen bleiben. Du kannst das fühlen. Du kannst fühlen, wie viel Verwirrtheit in anderen Menschen oft ist, wie viel Verwirrtheit du vielleicht oft nach außen hin vorgegeben hast, nur um dich nicht zu entscheiden, nur um dich nicht einlassen zu müssen, nur um nicht für deine Ziele zu gehen und wirklich zu dir zu stehen. Was will ich, was will ich nicht, wo bin ich klar, wo bin ich nicht klar, wo habe ich ein Nein in mir und sage aber ja und erzeuge natürlich wieder Schmerz, Enttäuschung, Frustration. All das sind Gefühle und Empfindungen, die kannst du lernen, in dir wirklich zu fühlen. Das ist eine richtige Schule. Das braucht eine Praxis. Da gibt es Übungen für. Die möchte ich dir gerne weitergeben. Die möchte ich dir gerne vermitteln, sodass du unterscheiden kannst, wann habe ich wirklich Angst, wo ist Angst, vielleicht einfach eine Veränderung, eine Lebensenergie, die in mein Leben kommen jetzt möchte und ich wehre sie immer ab und sage, nein, ich bin zu ängstlich oder nein, es erzeugt in mir Angst, ich möchte das nicht. Was sind so Grundgefühle? Angst, Traurigkeit, Schmerz, Ärger, Wut. Wann gehört etwas wirklich dir und wann gehört es anderen Menschen? Wann lernst du auch Sachen herauszupacken aus dir? Und wo kannst du für deine Gefühle, die wirklich wichtig sind, die essentiell sind, kämpfen sogar, dich einsetzen und das zu einer Kraft in dein Leben bringt? Darin möchte ich dich einladen. Wenn dich das interessiert, in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung, in deinem Beruf, wo auch immer du in deinem Leben stehst und du dir Unterstützung wünschst, ich lade dich ein zu einem kostenlosen, kostenfreien Gespräch mit mir von ca. 30 Minuten. Da können wir gemeinsam herausfinden, wo ist für dich eine Veränderung dran, wo hast du vielleicht Angst, wo bist du unklar, wo zweifelst du dich immer wieder an. Und das ist wirklich nur für Menschen, die ganz tief in sich fühlen, wenn du einer dieser Menschen bist, dass du ganz tief in deinem Herzen fühlst, du möchtest dich mehr mit deiner Seele wieder verbinden, du wünschst dir Klarheit von innen heraus und bist es Leid, Dinge im Außen, über deinen Verstand, über deine Logik, dass du alles logisch versuchst zu verändern, wie du es vielleicht immer gemacht hast oder wie andere das machen, wenn du mit deinem Lichtkörper in Kontakt kommen möchtest, deine Lichtfrequenz erfahren möchtest, was ist das, denn du bist letztlich Licht, du bist der Bewusstsein. Wenn du dieses Vertrauen hast und dich dort hineingeben möchtest und auch bereit bist, darin zu investieren, etwas Neues zu wagen, dann bist du bei mir richtig. Dann ist dieses Gespräch etwas für dich und ich freue mich dann sehr, dich kennenzulernen. Alles Liebe für dich, dein André. Vielen Dank.